Hallo und herzlich willkommen zu Let's Playtogether GTA, sondern Andreas Multiplayer, auch Sam. Kurz gesagt. Genau. Wir sind hier auf einem neuen Server, die neue IP und all sowas steht unten in der Beschreibung. Das wird auch... Wir sind jetzt hier gleich mal bei der Bundeswehr, der Maffin ist übrigens leider Gottes Lieder geworden, ich weiß. Unglaublich, aber naja. Deine Mutter. Deine auch. Was kriege ich überhaupt für Lohn? Oh, den habe ich noch nicht eingestellt. Achso. Dann gib mir mal so 5000, so ist das recht vollkommen. Dankeschön. Was habe ich überhaupt für einen Rang? Äh, ich sollte... Du sollst 12 haben, ich gebe dir aber noch. Okay. Wie mache ich denn die Sirene an? Ähm, es lässt sich die Sirene. Geht nicht. Sirene. Ah. Ähm, gibt es da auch einen Ton oder nicht? Ähm, doch. Sollte. Also bei mir nicht. Ähm, das ist falsch heiß. Sirene weg. Mein Gott, das Auto geht ja ab Himmel und Chloria. Nur auf hundert ein paar Sekunden oder was? Fuck. Beinahe ein Unfall gebaut. Ich bin irgendwie falsch abgepumpt, glaube ich. Hm, ja. Ich glaube, ich habe nichts erfahren. Also ich platziere jetzt mal ein paar Stra... Ja, auf die Straßensperre jetzt nicht unbedingt, aber... Und die Gates kriege ich mit Army 1, 2 oder 3 auf, ne? Ja, ja. Ah, das war sogar Army 1, Hammer, geil. Wird überhaupt jemand gesucht? Gar nicht. Ja, das war ja nicht. Ähm, pass auf, wenn Jaden nur da sind. Was ist dann? Ähm, die wollen uns ein bisschen jagen. Uns? Ach, die wollen es mit uns anlegen. Ja, wenn... Dann wäre eigentlich noch der... Okay. Ähm, Stefan, er würde natürlich auch noch, ähm... Mit dabei sein bei der Jagd, der mag uns nicht. Wir waren auch diejenigen, die ihn uns alcatratzen bereiten. Du meinst, du warst derjenige? Ähm, ich und Tim. Aber ganz ehrlich, ähm, der hat sehr viel Ärger gemacht. Okay, und warum? Ähm, der hat dauerhaft alle getötet, hat uns gejagt, hat dann dachten, dass er seine Wanteds hochstabt und auch ein bisschen geflucht. Ja, okay. Bis er dann zu sechs, ähm, oder sieben Wanteds kam. Und dann, ähm, war es das noch. Bist du gerade in den Fahrzeug? Ja, ja. Ich glaube, weil ich wollte gerade, ähm, gespawn machen, der Kass. Nee, bitte nicht. Ich bring gerade irgendwo in der Stadt. Jojo. Oh, da kommt in der Stadt, danke. Okay, ne. Habe ich dir, glaube ich, nun auch richtig, ähm, ein Pool eingestellt, oder? Aha. Also rechtzeitig. Ja. Bist du rechtzeitig immer. So. Ich weiß, warum ich auch jetzt den Luftraum sperre. Warum? Einfach nur, weil ich kannst du, oder was? Auf jeden. Oh, boah, es pisst es gerade. Oh, mag geil. Es pisst bei uns nicht, aber die Pisse, ähm, trifft mein Fenster nicht. Okay. Mein Fenster ist sauber. Okay. 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 Ich bin hier gerade im Polizeirevier. Ähm, Polizeirevier und Ausflug gehen. Ah. Du darfst ins Polizeirevier gehen. Ja. Ich bin gerade in der Garage von denen. Sagst du, sagst du, ich hab illegal irgendwas, damit illegal. Nee, nee. Auf jeden Fall brauchen wir solche Feldjägerfahrzeuge, oder, ähm. Ähm, als du, ähm, solche Hunters? MP, MP, für den Militärpolizei. Okay. Ah, das wird ja noch so kommen. Also, hoffen wir einfach mal, dass du das Beste. Das war, ähm, fertig. So, der Luftraum wird dann auch gesperrt sein. Gamer ist nun abwesend, ihr seid langweilig. Der hat gestern, ähm, Gamer ist abwesend, ähm, ihren Luchs geschrieben, weil wir ihn, ähm, in den Knast eingesperrt haben. Weil er erstens uns die ganze Zeit abgeknallt hat, dann, ähm, war ich und Tim einfach mal so richtig geil drauf und, ähm, haben wir ihn getötet. Okay. Oh, Flo, du müsstest mir aber auch helfen, ein bisschen, ähm, ja, weißt schon. Aha. Was denn? Also, wo bist du gerade unterwegs? Äh, ich bin gerade am RSP. Okay. Dann, ähm, kannst du mal mit einem Heli, ähm, zur Army Base, ähm, kommen und dir so einen Hunter, was kannst du besser, ähm, fliegen? Eine Hydra oder so ein Kampf-Heli? Ich kann bis jetzt noch gar nichts fliegen. Ich weiß zumindest nicht, was ich fliegen kann. Dann probier mal, ähm, deine Stärke aus. Okay, also ich soll jetzt ins Polizeirevier gehen und dann Aufzug machen, oder wie? Ähm, ja? Ne, ich komme einfach mal zur Army Base. Ja, das ist, das ist das allerbeste. Dann mit einem, ähm, probier einfach beides aus. Ja, ich weiß nur nicht ganz genau, wie ich da so hinkommen soll, das werde ich schon finden. Ja, ist am Rand. What the fuck, jetzt bin ich auch wogegengefahren. Also hier bin ich auf jeden Fall vorbeigefahren. Ja. Oder Setups. Und die nächste rechts. Oh Gott, wo ist jetzt, ne? Ich glaube, ich habe mich schon gefahren. Fuck. Ne, hier muss ich nicht laufen. Oder doch muss ich? Gott. Ne, muss ich nicht. Die Zuschauer in den World wird es wahrscheinlich noch wissen, aber ich weiß es nicht mehr. Da ich ein kleines... ...kleiner Vollektion bin. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es hier richtig ist. Obwohl ich mich hieran auch nicht erinnern kann. Fuck. Die nächste links. Na, ich sehe einen Hafen, das ist ja schon mal gut. 10 Frames, das geht dann mal gar nicht klar. Okay, an den kann ich mich auch erinnern. Ähm, Moment, ich müsste mal so ein bisschen gucken, wo du fahren. Ja. Ja. Army. Nein. Okay, das war es. Faktor-Faktor. Army. 1. Loll, ich hab' ich gerade selbst Kilo gebracht, Hammer, geil! Okay, ich weiß auf jeden Fall, mit der Lydra darf man nicht so stark ballern. Geht mal wieder in den Luftraumstrahl. Einfach nur weil du es kannst. Ich fahr' grad die Treppen runter. Okay, ich hab' mein Fahrzeug geparkt, von mir aus kannst du Kari Spawn machen. Ähm, ne. Ich hab' vielleicht Bock auf ein Hydra-Battle. Ne. Warum nicht? Mach' ich noch auf Kämpfer, Karl. Ähm, probier' erst mal die zwei, ähm, erst mal die Hydra und dann, ähm... Ich probier' erst mal diesen Kampfheli hier aus. Dann erfahren wir erst mal deine Stärke. Du hast keine Fluglizenz. Hammergeil! Aha! Und Admin ist grad' nicht unbedingt online, also. Dann war's das auch schon. Dann war's das auch schon für mich, ja. Hammergeil! So, du kannst nicht mehr, hast du das schon gewusst? Ja. Teilweise. Ich knall' nur auf deinen Truck. Ich knall' nicht auf dich. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du willst mich verarschen? Das sind Granaten. Das sind keine Granaten, das sind Rauchbomben, du Arn. Hab' ich leider auch bloß. Ich kann mit mir nicht dienen. Oh, wenn das LEAKT! Fünf Frames! Vier Frames! Ich probier' grad auch. Oh mein Gott! Scheiße, leck' das gerade. Auf jeden! Jetzt nicht mehr. Wow, da kommt der Eiskalt im Messer hin. Verarscht mich doch, Maffin Reif. Auf jeden, ach, leck mich. Du mich auch. Wow, what the fuck, nein. Ich schau mal ab, 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 ein Fahrlehrer online ist. Fahrlehrer online, Kanada 12, ich, ich bin Fahrlehrer, willst du mich verarschen? Ich mach aber geil. So, auf jeden. Oh, wie ich mich einstecke? Oh mein fucking hell. Wie ich einstecken muss. Wie ich so richtig schlecht stellst. So, was? Was, leck das gerade. Ja, warum fache ich das, wenn ich damit leck? Ja, Moment, ich hab auf acht Frames gerade. Neun Frames. Oh, es wird nicht besser, wenn ich immer mehr schmeiße. Es wird vor allem nicht besser, wenn ich nicht mehr viele habe. Oh, was mache ich denn? Ich schmeiß nur Granaten hin. Willst du mich verarschen? Habt ihr deine Waffe gemacht? Also, das ist echt nicht gerecht. Wetten doch? Ne, auf keinen Fall. Ich möchte Leader werden. Werfen wir es dann als Leader fürs FBI. Okay. Da ist mir egal, wir haben mal geil, das hier ist. Ich stelle mich niemals unter die Obhut von dir. Vor allem ist das gerade hier so dunkel auf dem Server. Deswegen ist ja auch gerade Licht. Ähm, Licht. Meine Herren, ey. Hab ich dich getroffen? Nein, nicht. Leider. Guckst du auch mal? Hallo? Oh, oh, scheiße. Nein. Was denn? Scheiße. Was denn? Hast du selber in die Luft gejagt? Okay, genau so geplant. Das war so geplant. Glaube ich dir. Das war so geplant. Ihr könnt mir nichts sagen. Das war so geplant. Das war so geplant. Ihr könnt mir wirklich nichts sagen. Das war so geplant. Ihr könnt mir sogar sagen, dass Kuchen lecker schmeckt. Okay. Alles wenn wir dir das nicht sagen. Oh, f*** dich doch. Uuuuuh. Uuuuh. Wo bist du denn, Schatzi? So. Jetzt hast du dir die ernsthaften Granatenwerfer geholt oder sowas. Ach, Mann. GTA ist affekt, mir geht nicht mehr. Haha. Haha. Jetzt kann ich schon das zweite Mal GTA starten. Da hast du einen kleinen Vorsprung. Komm, Schatzi, komm. Ich warte auf dich. Ach, wenn du wartest, ist dann gut. Ne, ich warte doch lieber nicht. Haha. Na, wo bist du denn? Keine Sorge, ich schicke mir kurz einen Raketenwerfer. Schicken ist auch nicht erlaubt. War wer nicht gebannt, aber scheiß drauf. Oh, das ist doch so ein Spaß. Hast du denn? Ja, komm. GTA 1A funktioniert nicht mehr. Die wollen mich doch alle verarschen. Vor allem kann ich jetzt nicht mehr vernünftig auf dich ballern. Ich, ich klär das schon. Der Muffin-Muffin klärt alles. Dann starte ich einfach einen anderen Ort, aber das war's doch schon. Hier, Samp. Hier, Samp already. Samp already laufen. Oh, wir können eigentlich auf den Drake draufgehen. Der will ja so gern uns, ähm, killen und jagen. Können wir machen. Aber zuerst, äh, muss ich erstmal noch in der Rache aussprechen. Ah, ich weiß schon, bei mir nehme ich an. Mhm. Ach so, wenn du mit einem Fahrzeug flüchten willst, dann, ähm, hast du verkackt. Ja, ich weiß, du kannst einfach Fahrzeug wie Spawn machen. Habe ich auch schon mitbekommen. Dann hast du zwar mal verkackt. Ich ne geile Schmute, Hammer, geil. Aha, da. Komm, lass mich, lass mich doch wenigstens mal, ähm... Du bist doch so ein Schei... Wolltest du jetzt reichen, sagst du? Alter, jetzt hab ich sogar... Jetzt hab ich sogar einen Crash? Lass mich wenigstens mal... Ach, recker. So, Flo, du bist auf die Spitze getrieben. Im Ernst? Ja, hast du. Ich hab auch nicht mehr sehr, sehr viel Schuss, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Ich muss jetzt gucken, was wohl, ähm, die allerbeste, ähm, Strafe für dich wär. Strafe für mich? Ja. Du bist jetzt deine Liederbefehde rausholen. Ähm, nicht unbedingt, ich hab an was anderes gedacht. Willst du jetzt... So, Alter... Alter, es geht doch gar nicht mehr... Warum hat's denn denn da jetzt nicht Probleme? So, kannst du mir bitte helfen? Ich hab hier grad voll viele Probleme. Ja, ich, ich, ich komm mal kurz zu dir. Also jetzt, äh... In the game, mein ich, natürlich. Ach so, okay. Ach, dann muss ich mit meiner Schwulheit verhalten woanders leben. Ja, das glaub ich auch. Es ist 20 Uhr. Echt? Bei mir steht auf meinem Wecker, es ist 19.59 Uhr. Die Uhr liegt. Normalerweise müsste eigentlich die Sump-Uhr, ähm, 10 Minuten vorgehen. Aber ich glaub mal, auf jedem Realize-Script ist es eben so. Tim, bist du mittlerweile da? Hast du irgendwie Goth-Mode an, du kleiner Hacker? Nein, ich bin gerade abwärts. Das ist schon wieder. Ach so, warum kann ich dir keinen Schaden zuführen? Also langsam check ich jeden Scheiß nicht. Also wenn's noch einmal im Abschluss, dann reconnecte ich mal, also dann reconnecte ich mein PC. Wenn's nochmal nicht klappt, dann mach ich mir einfach mal GTA nochmal neu. Wenn's nochmal nicht klappt, dann mach ich mir einen Benutzer, mach da GTA nochmal neu. Wenn's dann nicht klappt, dann hab, dann hab ich verkackt. Würde ich auch sagen, da muss dein Lied an mich an der PowerShark abgeben. Ähm, bis gleich. Ja. Jahr. Genau. Ja. Nee. Das war's für heute. Timed out. Das war's für heute. 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 ins Gefängnis dringend Kops und Keks das war wer da bei der Kliermacher zufrieden wir haben hier gerade und wurde zu wissen dass nicht Internet Explorer XM spioniert also eine Nachricht ich hab's gemerkt ich hab's gemerkt ich hab's gemerkt und dann müssen sie das wenn ich schon bisschen umständlich ganz ehrlich, man merkt das sofort, dass man wirklich ausspüren hat und hier gerade M9 okay, du kannst mir nicht zufällig sagen wie ich die Sirene anmache bei einem Fahrzeug was halt Sirene schon hat, also nicht Zivilfahrzeug, sagen wir mal so Sirene? Ne, da steht dann bei mir ähm, bei mir steht dann da Moment ähm, du musst in einem Undercover-Car-Sultan sitzen mein Problem aber meins ne, wo? okay ah, ich hab's gefunden mit Trooper hammergeil waren wir zufrieden, Leute? oder wollt ihr noch mehr in die Böde? ich glaub, die wollen noch mehr in die Böde, oder? ich glaub, die wollen noch mehr in die Böde, oder? das glaub ich nicht oh, wollt ihr jetzt Niveau? nein, wollt ihr nicht nein, wollen wir nicht wir hassen dich, Hapel, Hapel ich weiß, dass du nicht lieb dir mich, schreib sie in die Kommentare und mach Daumen hoch ich weiß, dass du nicht alle möchtest was passiert, wenn ich jetzt auf YouTube gehe und mich mit deinem Account einlogge was sei da schon groß passiert? ja, wenn Internet dich, wenn Explorer dich ausspioniert, dann hat's dein Passwort ja, und? das Passwort verwende ich eh nur gar aber mach's trotzdem, bitte nicht, ja? oh ähm ähm, ist nicht gerade so, dass ich mich gerade auf YouTube eingeschränkte hasst du auch nicht doch? hasst du nicht Hapelreif, ich kenn dich dafür, fühlst du gut du kannst mich nicht mehr so schnell verarschen dir glaub ich dir nichts mehr ne, dann sagt mir mal nicht, ich bin hier gerade auf YouTube boah ich hab dir gerade Kasi, er kann nicht gut starten ähm, schick ich dir die auf, nein, danke, ich möchte die Aufnahme nicht haben das ist besser, wenn ich glaube, dass du liegst mach Gott so, wenn es ist besser für mich ähm 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 vor allem mit Gräse und Quark ähm da ist der ganze Scheiße komm mal rein äh es sind Leute, ich bin so ungefähr in einer Viertelstunde da, nehmt ihr gerade auf ja aber ich bin in einer Viertelstunde nicht mehr da ach Flo, komm schon ja, schau doch mal auf die Uhr da ist doch egal ist nicht ja, okay hm hm bis morgen ist nicht so, dass ich gerade schmerze, ne nö, ist ja auch nicht so da ist ja äh Jetzt schmackst du aber. Hey geil, wir können auch Feuerwehrfahrzeuge fahren. Ich weiß, wir können alle Stadtfraktionen Autofahren. Geil. Ist ja geil. Will ich aufschlagen? Mit was? Oh ok. Oh nein, du hast dir eigentlich gedacht, was du zum 150 Abospecial machst? Ne, ich mach keinen 150 Abospecial. Warum nicht? weil ich da keins machen. Warum machst du das nicht? Weil ich mir schon was krimzig überlegt habe. Ähm, ich weiß, was ich mache. Es kommt auf jeden Fall was Lustiges. Also von meiner Seite. Ihr könnt ja alle was anderes machen. Also ich weiß nicht, ob Tim überhaupt das machen möchte. Also der macht das ja gar nicht auf dem Kanal. Aber ich mach auf jeden Fall, ich hab schon meine Pläne. Dann sagen wir jetzt mal die Aufnahme aus.